Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video und zwar möchte ich euch heute mal ein kleines Produkt vorstellen, mit dem ihr euren SharePoint so wunderbar aufbauen könnt, wie das was ihr hier seht. Ich bin hier allerdings auf einem Demo-Tenant, das ist noch nicht auf meinem eigenen Tenant, wird aber höchstwahrscheinlich in der nahen Zukunft passieren, denn ich finde das Produkt wirklich wunderbar. Und wenn wir jetzt hier erst einmal grob drüber scrollen, ja, wir haben Ähnlichkeiten zum SharePoint, definitiv, aber irgendwie wirkt es dennoch deutlich moderner, übersichtlicher, schlanker. Allein auch diese ganzen Rundungen finde ich wunderbar, erinnert mich eher an WordPress als an SharePoint, aber natürlich hier oben der Kopf ist eindeutig SharePoint. Das Ganze stammt von einem kleinen Entwicklerteam, die passen das Produkt auch regelmäßig an. Wir haben hier auch Webparts, die wir zusätzlich auf unseren Tenant buchen. Wir können aber auch die alten SharePoint Webparts verwenden, das ist gar kein Problem. Wir bekommen einfach nur zusätzliche Möglichkeiten und Optionen. Die gehen wir einmal kurz durch. Dadurch, dass ich das Produkt wirklich wunderbar finde, werde ich es auch weiterhin im Auge behalten, auch mal so ein paar Ideen dann später bei mir auf dem SharePoint umsetzen und euch versuchen, da möglichst auf dem aktuellen Stand zu halten. Doch bevor wir uns das Ganze anschauen, hier unten links haben wir zum Beispiel auch ein Fragezeichen und dort steht virtuelle Einführung starten. Wir können auch manuell anpassen, wir können natürlich auch die Texte anpassen und unsere User jetzt so ein bisschen durch die Highlights unseres Intranets manövrieren. Finde ich wirklich wunderbar. Oder zum Beispiel, wenn ihr neue Webparts eingebunden habt, könntet ihr sie eventuell auch über diesen Button nochmal ein bisschen in den Fokus stellen. Also wirklich sehr herrlich. Es sind kleine Anpassungen, aber diese kleinen Anpassungen machen auch hier nochmal den Unterschied. Dann so ein Banner hier oben wollte ich schon immer mal für meinen SharePoint haben. Bin da kläglich gescheitert und hier ist es wirklich standardmäßig dabei, wenn wir mal den Webpart bearbeiten. Auch hier, das erinnert alles an den SharePoint, ist jetzt aber selbst konstruiert. Haben wir zunächst einmal die Möglichkeit zu sagen, ist das hier eine Information Warning. Je nachdem, was wir hier aussuchen, bekommen wir hier auch eine neue Farbpalette. Farbpalette auch wirklich wunderbar. Wir können zum Beispiel auch sagen, aktueller Systemstatus, es gibt keine Störung. Wenn es Störungen gibt, schalten wir das Ganze auf Rot, schreiben hier eben rein, was es für Störungen gibt. Können das Ganze auch nochmal mit einem SharePoint Artikel versehen, so dass der User dann, wenn er hier drauf klickt, auf den SharePoint Artikel landet. Das sieht wirklich wunderbar. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, können wir auch die Farbpalette nochmal ein bisschen anpassen, wie wir es gerne hätten. Super, jetzt habe ich das Ganze hier nochmal kaputt gemacht. Wir speichern das lieber mal nicht. So, jetzt habe ich das einigermaßen wieder hergestellt. Sollte erstmal ausreichen. Dann haben wir hier ein Webpart, den ich bei mir auch ein bisschen nachgebaut habe, aber nicht so. Denn hier hinterlege ich einfach nur ein Bild und kann hier einen komplett variablen Text hinterlegen. In dem Fall ist es hier einfach nur Welcome, ein kleiner Untertitel. Wirklich wunderbar. Ich habe es bei mir so dargestellt, dass ich ein Bild genommen habe, dort einen Text eingefügt habe und dann das gesamte Bild übernommen habe. Hier bin ich natürlich deutlich flexibler unterwegs, weil ich den Text permanent so anpassen kann, wie ich möchte. Also auch wieder eine kleine Verbesserung. Dann die Information. Auch hier, das sieht wieder so ein bisschen aus wie der SharePoint Standard. Aber wir haben auch hier wieder überall diese runden Ecken. Und allein dieser Part hier unten, ja, nach ein paar Sekunden switcht er immer wieder weiter. Aber auch hier mit diesen kleinen, schönen Buttons. Das sieht wirklich wunderbar und herrlich aus. Dann dieser Webpart hier ist auch sehr interessant. Der ist nämlich diese Tour, die ich euch unten links gezeigt habe. Da können wir jetzt sagen, Tour konfigurieren. Und wo soll er denn durchspringen? Hier können wir dann jeden Webpart, den wir auf der Seite haben, auswählen, Beschreibung hinterlegen. Und dann geht die Tour nach und nach diese ganzen Punkte durch. Also auch hier wieder selber anpassbar. Hier oben haben wir einen kleinen personalifizierten Bereich. Als User wird uns hier unser Bild angezeigt. Unser Name steht hier. Und dann auch Profil besuchen. Dort können wir standardmäßig Delft oder auch OneDrive hinterlegen. Heißt im Endeffekt, wenn ich hier draufklicke, lande ich in meinem persönlichen OneDrive. Auch eine schöne Geschichte. Allein so dieser persönliche Touch, selbst wenn ich jetzt hier nicht Profil besuchen stehen würde, ist wunderbar, weil der User sich dann auch abgeholt fühlt. Hier unten diese Shortcuts kann ich anpassen, wie ich möchte. Das ist jetzt wirklich mein persönlicher Part. Wenn wir das Ganze jetzt einmal hier veröffentlichen, kann ich, Feedback brauchen wir nicht, über dieses Zahndrähtchen hier einmal hergehen und sagen Schnellzugriff editieren. Und hier seht ihr schon, ich habe einfach nur einen Titel eingetragen, einen Link. Dann kann ich noch ein Symbol auswählen. Das war's. Das Ganze kann ich auch noch eventuell in einer neuen Registerkarte öffnen. Sagt Speichern. Also das kann wirklich der User selber für sich anpassen, so wie er es möchte. Das ist ein komplett persönlicher Part. Wirklich sehr schön. Dann kann man sich seine wichtigsten Links hier zum Beispiel hinterlegen. Und jeder User kann das für sich selber individuell machen. Das hier sind jetzt einfach nur Quick Links, sehen aber natürlich auch hier wieder deutlich besser aus. Das Schöne ist hier zum Beispiel diese Timeline. Die habe ich ja auch zum Beispiel versucht mit Lists aufzubauen. Finde ich hier aber deutlich besser. Wir haben hier eine schöne Timeline. Die ist natürlich auch wieder anpassbar, indem wir einfach nur hier reingehen. Dort können wir hier erstmal auswählen, wie soll das Ganze angezeigt werden. Aber das hier finde ich schon wirklich wunderbar. Da können wir wieder die Farben anpassen, Einträge bearbeiten. Erst das Datum, dann der Text, Untertitel und die Beschreibung. Und schon habt ihr hier einen weiteren Timeline-Slot. Auch wieder sehr schön und einfach umgesetzt. Generell ist das hier wirklich sehr einfach und unkompliziert machbar. Auch die Social Media Links, die haben wir bei SharePoint, meine ich, überhaupt nicht. Dann Call to Action, auch mehr oder weniger Standard. Aber auch hier nochmal ein wirklich wunderbarer Touch. Es sieht einfach nur schick aus. Hier unten ein einfaches Diagramm. Können wir aber auch anpassen. Und das Schönste, das Beste finde ich eigentlich hier. Wir haben hier unsere Newsartikel. Aber wenn ich jetzt hier auf das Zahndrähtchen gehe, werden uns hier die Taxonomien angezeigt. Quasi Tags für Artikel, nach denen wir filtern können. Wenn wir jetzt nicht unbedingt alle Tags kennen, kann ich hier auf das Icon gehen. Hier werden mir die Tags angezeigt. Sagen wir mal, was ist denn am nächsten an Oldenburg dran? Ich würde sagen Hamburg. Diese oder diesen Standort besuche ich als User recht häufig oder arbeite dort. Dann sage ich speichern, speichern. Und dann werden mir hier nur noch Newsartikel für den Standort Hamburg angezeigt. Beziehungsweise, wenn es jetzt auch ein Newsartikel für Frankfurt ist, dann bekomme ich halt zwei Standorte angezeigt. Aber für Hamburg ist es relevant. Kann ich natürlich auch sehr schnell, einfach unkompliziert ändern. Nehmen wir mal Darmstadt. Hier haben wir jetzt auch einen Newsbeitrag. Oder ich sage, ich möchte einfach alles haben. Und auch hier, der User kann das wieder selber für sich anpassen, selber für sich konfigurieren. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vorteil. Das ganze Produkt heißt 365box. Wie gesagt, ist ein externes Datenpaket. Das lesen wir in unseren Tenant ein. Und dann haben wir diese Webparts alle zur Verfügung. Da schauen wir auch nochmal eben drüber. Wenn ich jetzt sage, Webpart hinzufügen. Hier oben haben wir erstmal den SharePoint Standard. Also darauf kann ich auch weiterhin zugreifen. Ich buche mir einfach nur zusätzliche Möglichkeiten dazu. Und wenn wir irgendwann ganz unten angekommen sind, hier zum Beispiel, da haben wir jetzt diese zusätzlichen Möglichkeiten. Auch hier nochmal die Timeline, Social Media, die Tour. Diese können wir uns einfach zusätzlich in unseren SharePoint reinpacken. Wir machen hier nichts kaputt. Und das Schöne, das Wunderbare ist zum Beispiel, ich bin Freund davon, das Wissen im Unternehmen zu halten. Wenn ich jetzt die neuen Vorlagen vom SharePoint verwende, die wir jetzt schon seit einigen Monaten haben. Plus zum Beispiel, dieser 365 Box ist quasi jeder Mitarbeiter in einer absehbaren Zeit von circa ein bis zwei Monaten im Stande. Marketing mäßig jetzt zum Beispiel dieses Design hier so aufzubauen. Es sieht wirklich super aus. Wirklich gravierend wird der Unterschied allerdings, wenn wir den SharePoint Standard parallel zu dem hier gegenlegen. Dann sehen wir wirklich den Standard. Aber ich meine, jeder von euch, der ein bisschen Ahnung vom SharePoint hat oder ein bisschen im SharePoint schon gearbeitet hat, sieht auf jeden Fall hier schon eine gravierende Änderung, weil alles rund und wunderbar ausschaut. Eins der wichtigsten Punkte habe ich euch fast sogar schon unterschlagen. Das ist nämlich hier der Q&A Bereich. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, gut, hier haben wir jetzt keinen Text hinterlegt. Hier zum Beispiel, wir haben hier oben eine Frage. Wir haben ein Feld, was sich nach unten hin öffnet. Hier haben wir den Text, eventuell nochmal einen Link. Also auch wieder wunderbar und herrlich. Der SharePoint Standard sieht ja vor, dass wir einen kompletten Abschnitt hier einklappen lassen, aufklappen lassen. Und das hier kann man jetzt auch überall unkompliziert hineinbauen. Also auch da wieder, ich wiederhole mich vermutlich, wirklich sehr schick, einfach, umsetzbar. Der große Vorteil, wie gesagt, in absehbarer Zeit ist der Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiter imstande, das Design so wunderschön aufzubauen, ohne viel Aufwand, ohne viel technisches Verständnis vom SharePoint zu haben. Das ist wirklich etwas, was jeder User machen kann. Weiterer Vorteil natürlich, wir bekommen diese ganzen Funktionen zusätzlich dazu. Sie ersetzen nicht irgendetwas, sondern kommen wirklich zusätzlich dazu. Diese ganzen kleinen Anpassungen, wie hier zum Beispiel, dass der User seine eigenen Links hinterlegen kann oder auch schnell und einfach die Keywörter, die Tags für Artikel anpassen kann, ist wirklich wunderbar. Wir bekommen zusätzliche Funktionen dazu, wie diese Social Media Links oder auch wie die Timeline. Also wir machen unseren eigenen SharePoint, unser eigenes Intranet nochmal ein Stück weit besser. Die Preisgestaltung ist, finde ich, auch in Ordnung. Werde ich euch unten einfach mal in die Videobeschreibung packen, die Website von den Entwicklern, die Preise. Ich kann euch ein paar Fragen selber beantworten. Ja, weil ich hier schon ein paar Stunden mit verbracht habe. Ich kann euch natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber ich werde es für euch auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich das Produkt sehr interessant finde, sehr gut finde. Und allein diese ganzen Rundungen hier und diese zusätzlichen Funktionen machen auf jeden Fall was her. Genauso wie dieser Webpart hier oben. Wirklich wunderbar. Also wenn ihr Fragen habt oder vielleicht mehr von dem Produkt sehen möchtet, sagt gerne Bescheid. Ich bin gern bereit, euch da noch ein bisschen mehr zu zeigen. Und wie gesagt, in der nahen Zukunft wird das Produkt auch bei mir in meinen eigenen SharePoint eingebunden, so dass ich auch für mein Unternehmen und meine Kunden das Ganze nutzen kann, dort was Wunderbares aufbauen kann. Und spätestens dann sehen wir uns wieder. Werde ich euch vielleicht noch mal ein paar Webparts im Detail vorstellen oder auch mal eine Gegenüberstellung machen. Eine SharePoint-Seite mit dem SharePoint-Standard aufbauen. Eine SharePoint-Seite mit diesen Webparts hier aufbauen, so dass man dann auch wirklich mal vernünftig sehen kann, wo denn da die Größenunterschiede sind. Aber ich denke, auf den ersten Blick sollte das auf jeden Fall einmal gereicht haben, euch zu zeigen, dass wir hier schon einen deutlichen visuellen Unterschied haben. Und mit dieser 365-Box das eigene Internet auf jeden Fall moderner und hübscher wirkt. Bis zum nächsten Mal.